moin herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen folge little nightmares ich glaube wir sind das letzte mal durch das erste level durch und schauen was uns jetzt erwartet das letzte mal war unser größter feind auf karton zu springen oh was okay wir trotzdem gehen mal hoch wollen immer höher immer höher immer höher gibt es hier nichts oder was schnell scheint jetzt nicht der fall sein wir gehen trotzdem noch mal höher los komm rein 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 da können wir doch durch keine ahnung da können wir den aufmachen der sieht nicht so aus okay kann es trotzdem durchgequetscht werden wir jetzt kaputt gequetscht wenn wir uns hier dran hängen wir schauen wir mal ich wollte ja für irgendwas gut sein der schalter nehme ich mal an wow da ist ein schlüssel geht es um den schlüssel der liegt ja scheinbar ne und wir nehmen jetzt mal ein schlüssel mit äh wo ist helden oh hier liegt er ja noch nicht ganz runter werfen okay wir haben einen schlüssel leute ja perfekt perfekt so sollte es sein das hat gut funktioniert wir können das schloss sogar mitnehmen finde ich cool okay ja die tückigen oh was ja perfekt das hat gut funktioniert gucken wir uns erstmal hier hin okay scheint glaubt zu sein mhm okay huh okay 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 na hoch 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 ja 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 na spiel was willst du von mir red mit mir game los oh 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 vielleicht aber noch mal gegen den schalter werfen den affen von innen das könnte ja sein das ist ein fahrstuhl oder jawohl sehr gut äh wir hocken uns mal hier rein glaubt das ist besser sicher ist sicher so also guckt sich ein bisschen um macht aber nix oh da war ein knu was habt ihr gesehen okay jetzt mal runter gefahren oh mäuschen mäuschen oder ratte oh was ist jetzt schon wieder rüber ist eine ratte ja 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 da 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 oh da unten ist eine komm da schleichen wir uns jetzt an ich hab's ja verstanden anschleichen ratte 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 hey hier geblieben bleibt hier ich hab hunger lass mich eine ratte essen besser als nix bitte essen ja ist ja gut oh ne komm ich kriegst du da hängt eine ratte guck mal da ist eine ratte die hängt da kannst du essen naja in der not frisst der teufel fliegen ey immer rinnen damit sieht zwar ein bisschen kollobähnlich aus aber macht nix oh fuck you ich wollte schon gerade sagen ey das sieht aus wie eine falle oder so ich hab das gesagt das wäre eine falle für eine ratte aber jetzt hat uns irgend so ein mistvieh gefangen genommen okay okay ja go 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 jawoll sind wir gut können wir ihn nicht befreien nee wir können ihn einfach nur benutzen um an dem Hebel zu ziehen was wir auch tun werden ich hätte auch links lang laufen können ne das würde mich echt mal interessieren gibt es da unterschiedliche Wege für was ist das nur um diese Special Lampen zu holen oder äh was ist das ich kann sogar schwingen hier dran nice das sind nur drei Tasten Junge ich stelle mich so na danke okay ich stelle mich so so düsslich an so richtig schwingen oder nach rennen okay und ja okay hier lang rohre klettern nee hier können wir hochklettern okay aha ne Badewanne ne oh hier ist irgendwas groß unterwegs ab Was geht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was kann es uns riechen? Nein! Oh Gott! Nein! 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 Arm rein! Arm rein! Arm rein! Oho 팔 It keeping me right! Okay! Was machst du da? Oh, scheiße. Was machst du da? Wo müssen wir überhaupt weiter? Okay, da hinten. Oh, da geht es weiter. Ich probiere mal was. Oh, wie das kann durch die Tür. Wie das kann durch die Tür. Dann kriege ich... Nicht! Nein! Nicht festhalten an dem Ding. Oh, schütte. Jesus. Nein! Nein! Oh, dieses Mistvieh! Was macht es denn jetzt? Was macht es denn? Was? Hat er durchgegreifen? Was macht es denn? Was macht es denn? Was macht es denn? Was macht es denn? Oh, ich weiß gar nicht warum! Fuck! Oh, ich bin jetzt fertig ey! Meine Herren! Dieses Mistvieh! Oh, nee! Okay! Weiter geht's! Oh, das war ja nervig! Okay! Da habe ich es schon zugleich gemerkt am Anfang! Das strafiziert echt! Okay! What the fuck! Was zu hell ist das hier? Meine Nerven! Und ich weiß nicht wie! Oh Gott! Wir springen einfach runter! Hallo! Danke! Okay! 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 Ich wusste es doch! Okay! Okay! Alles klar! Aber wir haben es jetzt auch einmal ausprobiert! Dann muss man gleich beilen! Wie funktioniert das? Okay! 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 Hoch da! Boom! Einmal gegengedrödelt! Okay! Und eins, zwei, drei! Ja! Mistmade! Da muss ich hin. Das schaffe ich nie und nimmer. Okay, sie kriegen es echt gut hin, dass man denkt... Was soll das? Das kriegt man nicht hin. Wir machen es echt die Pumpe mit so Kleinigkeiten. Jedes Geräusch macht mich inzwischen wahnsinnig. Lass mich alle in Ruhe. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh nein, ich habe nichts zu werfen. Das war's. Oh nein, ich weiß, wo wir rein hätten müssen. Das war's. Wir hätten diesen... Ah, rechts da in das Loch, wo wir beim Runterfahren rein sind. Ja, danke. Ich habe es geahnt, ey. Shit, aber ich habe mich nicht mehr getraut, mich zu bewegen. Oh, 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 ey, dieses Game. Okay, alles gut. Wir gucken mal, das ist ganz einfach. Wir rennen jetzt einfach nur. Beim zweiten Mal ist es auch schon gar nicht mehr so tragisch. Komm schon, lauf! Oh, nee. Es bleibt kurz da stehen. Siehst du? Okay, 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 okay. Einfach hier wieder rein. Sehr gut. Bleib jetzt drin. Oh, meine Hände. Oh. Oh, Gottes Willen, ey. Das sind Lumpen oder sind das Falten, die die Augen verdecken? Das sind Falten, wa? Oh, der hat ein bisschen auch insgesamt einen deformierten Kopf. Der sieht aus, als hätte er einmal so von oben... Nein! Hier, oh. Oh, sie haben mir den Arsch gerettet. Krass, das kann ich sogar schieben. Okay, alles klar. Ich glaube, das müssen wir nicht machen. Oder vielleicht doch? Hmm. Na, du sollst eigentlich springen und dich festhalten. Hmm. Also irgendwas müssen wir hier mitmachen. Würde ich behaupten. Und jetzt? Äh... Oh Gott, ich höre ihn schon wieder atmen. Oh, dieser Mist... Dieser Mist... Oh, der ist da oben. Dieser Mistmörder. Nee, ey. Oh, was macht er da? Löffelt er jetzt den Kopf aus? Was macht er denn da? Das ist ein Löffel. Wir wissen es. Okay, er hat einen Löffel. Oh, Leute, Leute, wir müssen aufpassen. Er hat einen Löffel. Naja. Einen Löffel hat er. Oh, wir haben wieder so eine Statue. Bäm! Kaputt gemacht. Rastet er irgendwie aus? Nee. Vielleicht kommen wir hinten hoch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Er hat den Affen irgendwie aktiviert. Okay, ich würde sagen, wir machen hier... Oh. Kurz mal Stopp. Braucht ein bisschen Luft. Zum Luft holen oder so. Um die Zeit zum Luft holen. Ich bin voll fertig. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel nimmt mich super mit. Aber es macht mir Spaß. Ich hoffe, euch auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin voll know. Ich bin voll know. Untertitelung des ZDF, 2020